Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Beim letzten Mal haben wir eine Informantenherausforderung abgeschlossen und drei Nachforschungen werden benötigt für das Attentat. Das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen hier um mehr Nachforschung kümmern. Ich versuche jetzt zu diesem Aussichtspunkt mal zu gehen. Ich bin der Meinung, wollte ich da nicht auch schon hin und dann gab es irgendwie Probleme. Irgendwie ist es gerade sehr dunkel hier. Okay, irgendwo ist ein Bürger in Not. Wo ist der Bürger in Not? Ich höre dich. Ich höre dich. Ja, ja. Ich verstehe kein Französisch. Oh Gott, ich glaube, es wird wieder ein harter Kampf hier. Oh Gott, ihr seid wirklich... Upsa. Wirklich hart drauf, Leute. Oh Gott, schon die Hälfte meiner Energie gleich weg. Hm, ihr seid ein bisschen viele. Shit, okay. Ja, wir rennen weg, würde ich sagen. Oder sind tot. Ah, das lief ja super. Aber ich möchte doch allen Bürgern helfen. Ich möchte eigentlich allen Bürgern helfen. Okay, wir sind wieder hier. Ja, dann... Tut's mir sehr leid, lieber Bürger, liebe Bürgerinnen. Aber... Ich muss mich um was anderes kümmern. Ich weiß auch immer, was das bedeutet. Aber es klingt irgendwie cool, ne? Mucci Buleur. Nein. Nein, ich kann dir nicht helfen. I'm so sorry. Die könnte ich vielleicht mal hier auch töten. Oh shit. Da oben ist noch ein anderer. So, aber komme ich von hier jetzt nicht? Ah, nein. Ah, ja, ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das war ein bisschen ein Problem. Und hier finde ich noch was. Boah, es ist echt dunkel, weil es bei mir hier sonnig ist im Zimmer. Und das ist ein bisschen schwierig. Genau, und ich wusste nicht, wie ich auf diesen Turm draufkommen soll. Ein Assassinen. Wo ist er? Ja. Ja, runter. Rund... Hallo? Gehst du mal runter? Danke. Ja, Leute. Ja, Leute. Wie komme ich auf diesen komischen Turm hier? Vielleicht muss ich ganz auf die andere Seite. Das kann natürlich sein. Gott. Dann komme ich auch nicht rüber. Aber zum Glück kannst du dich hier nicht so festhalten. Kannst du da weiter nach oben? Okay, kannst du. Ich glaube... Ich versuche die hier alle umzubringen. Sonst bringen die mir hier nur Probleme. Okay, der da hinten sieht mich nicht. Das ist gut. Hat keiner bemerkt. So. Da ist auch noch eine schöne Flagge. So, da kommst du nicht hoch? Doch. Hi. 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 Gut. Das hat sich von alleine jetzt geklärt. So, wo ist jetzt mein Türmchen? Da ist immer noch mein großes Türmchen. Oh, die suchen nach mir. Okay. Ja, wie komme ich auf dieses große Türmchen? I don't understand. Oh, wenn man sich versteckt, wieso wird dann die Musik so episch? Nicht, dass ich mich beschwere, aber es ist irgendwie auffällig. Okay. Was ist, wenn ich jetzt hier so... Oh Gott, ja, die sehen mich schon wieder und ich bin super auffällig. Okay. Ich komme hier überall nicht hoch, ne? Das ist das Problem. Hi. Hallöchen. Mhm. Habt ihr ein Problem damit, wenn ich hier so lang gehe? Nee, aber es bringt mir auch nichts. Das bringt mir auch nichts. Okay, ich verstehe diesen Turm nicht. Ich weiß nicht, von wo man da hochkommen soll. Ja, ich weiß, ich bin ein wenig auffällig. Komme ich von hier da ran? Nee, niemals, oder? Nein. Okay, niemals. Okay, lasst uns zu einem anderen Aussichtspunkt, because I'm sick of this. So. Diese Richtung. Vielleicht finden wir ja auch noch was auf dem Weg. Oh, oh, I'm so sorry. Qu'est-ce que tu veux? Ja, ich will Bürgerrette. So, hier. Oh Gott, das sind so viele. Ich glaube, das war keine gute Idee. Okay, ich bin ein bisschen besser. Äh, ein bisschen? Oder auch nicht? Ja, die kommen halt von... von allen Seiten, ne? Fuck. Ja, nein. Fuck. Okay. Bürgerretten im letzten Level ist sehr schwer. Okay, wir sind hier. Und wir haben immer noch den anderen anvisiert. Okay. So. Gehen wir hier so lang? Mal gucken, wie weit wir es über die Dächer schaffen. Da hinten ist noch was zum Einsammeln. Wunderbar. So, kann ich da hinten irgendwie noch rüber? Nee, machen wir lieber nicht. Ich glaube, ich gehe lieber auf der anderen Seite weiter. Da hinten sehe ich auch noch eine. Ja, das läuft ja hier. Wie am Schnürchen. Das sind die Templer-Flaggen. Und das andere war... Deutsche Orden-Flagge oder sowas? Was anderes auf jeden Fall. Hallo. Kommt nicht näher. Da waren wir anscheinend schon. Kann ich da so rüber... Ja. Kann ich... Ich dachte, da ist schon wieder ein Bürger in Not. Aber nein. Sie möchte nur Geld haben. So. Das ist halbwegs die richtige Richtung. War das auch schon einer, wo ich versucht hatte, draufzukommen? Ich weiß es nicht. Okay, das war knapp. Könnte sein. Könnte sein, ist das... Muss ich da... Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Hi. Hi. Ja, ja, ja. Genau. Da hatte ich auch keinen Plan, wie ich draufkommen soll. Keinen Plan. Weil von hier war es schwierig oder nahezu unmöglich. Ja, dann wird es ein bisschen schwierig, wenn ich nicht weiß, wie ich da draufkomme. Aber ist das so gewollt, dass das so schwer ist? Wahrscheinlich schon. Wenn ich jetzt hier einfach versuche, hochzugehen, das bringt nix, oder? Oder doch? Okay, das war es aber, ne? Das war es irgendwie. Wenn ich hier hochgehe... Das bringt wahrscheinlich auch nicht viel, weil das da hinten weit, weit weg ist. So, da komme ich von hier ganz sicher nicht drauf. Da komme ich ganz sicher nicht drauf. Ja, und dann wird es schwieriger, weil die Häuser weiter weg sind. Da predigt irgendjemand. Aber ist das überhaupt der Turm? Das ist gar nicht der Turm, oder? Ja doch, da hinten. Da oben. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Ist okay. Hat sich von allein erledigt. Genau, das hatte ich doch auch ausprobiert, oder? Ob ich hier irgendwie weiterkomme? Geht das? Das geht irgendwie nicht so wirklich, ne? Ja, ja. Er kommt mir nach. Das ist mir gerade relativ schnuppe. Ja. Ach, Leute. Leute, Leute, lasst mich in Ruhe. Weg da, weg da, weg da. Oh, jetzt kommen die Partisanen. Helft ihr mir ein bisschen? Danke. Danke, danke. Okay, kurz verstecken. Und dann gehen wir wohl woanders hin. Da sind ja auch noch zwei Aussichtspunkte. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen erfolgreicher sind. Ich bin ein ganz normaler Bürger. So. Okay. Wo ist unser Türmchen? Gar nichts. War ich hier schon? Gott, ich muss da irgendwie auch hochkommen, ne? Das wird auch nicht ganz so einfach, denke ich. War ich nicht hier auch schon? Ihr dürft nicht hier sein. Okay. Okay, da kommt er nicht weiter. Aber kannst du... Shit. Aber hätte er da irgendwie hin können? Auf die anderen Vorsprünge? Oder wie geht das hier? Ich hätte nicht gedacht, dass es tricky ist, irgendwann mal auf die... Auf die Aussichtstürme zu kommen. Okay. Das sieht irgendwie so... Nicht safe aus. Okay, doch. Du kannst da hoch. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Vielleicht ist es dann bei den anderen auch so ähnlich. Irgendwie angedacht. Nein! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das war nicht gut. Okay, wo war ich jetzt? Nicht hier. Nee, wo war jetzt mein Weg? Darüber. Da hinten. Wahrscheinlich. I was so close. Okay. Aber das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Aber dann müsstest du es doch hier auch... Ja, dann schaff das hier auch drauf. Okay. Okay, okay. So, dann schauen wir mal. Ah, wir müssen einmal um die Seite. Kannst du einmal hier um die Ecke? Ja. Und dann können wir uns hier weiter nach oben vorarbeiten. Und dann haben wir den Adlerhorst, hoffentlich irgendwo. Da. So. Okay, endlich. Oh, ich hoffe, es hat was gebracht. Oh, meine Karte sieht nicht so... Nicht so neu aus jetzt gerade. Ich gehe mal weiter zu einem anderen Aussichtspunkt. Nein, bitte geh es nicht einfach. Du ein paar Minuten, bitte. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Nope. So, wo ist der Nächste? Okay, der Bürger ist in Not, aber ganz ehrlich, das möchte ich nicht nochmal erleben, hier zu sterben. So, welches ist unser Türmchen? Das da hinten? Okay, das geht ja noch. Das ist doch gar nicht mal so groß. Habt ihr Leute noch nie was von Parcours gehört? So, ich kann vielleicht da mal die Leiter nehmen. Und dann... Ja, das sieht doch einfach aus. Einfach hier so hoch. Und die beiden haben mich gar nicht gesehen. Wie schön. Halt! Ihr dürft nicht passieren. Ihr dürft hier sein. Geld. Zehn von elf Aussichtspunkten. Soll ich doch dem Bürger helfen? Ich weiß ja nicht. Eigentlich will ich es nicht, aber... Ich glaube, ich muss. Oder ich gehe noch hier hin. Der ist, glaube ich... Da weiß ich nicht, ob der schwer ist oder nicht. Oder ob ich den schon mal angeschaut habe. So. Ich gehe schnell hier rüber, denn ich weiß, ihr mögt mich hier nicht. Hat der mich gerade Bauer genannt? Ich bin kein Bauer. Ich bin ein Assassine. So, da ist ein Türmchen. Das wird es wahrscheinlich sein. So, hier könnten wir hin. Und von dort... Dort? Vielleicht rüber? Wääh. Okay. So einfach scheint das nicht zu sein. Gut, aber wir kommen auch so rüber, oder? Warte. Ja. Oder auch nicht, wenn man sich schlecht anstellt. Das stimmt nicht, die Dien. So. Guck mal, da sehe ich noch was. Was? Oh. Gut. Und dann habe ich alle erreicht, die einfach zu erreichen sind. Ich hoffe, das bringt hier was. Ah, okay. So, so und so. Alright. Alle Aussichtspunkte hier erreicht. Ja, schön. Aber trotzdem hilft mir das nicht. Verdammt. Ich muss dahin. Ich muss wirklich dahin. Scheiße. Scheiße. Da liegt jemand. War ich das? Ist da noch... Ah, da ist noch was. Ah, wir sind beim Büro. Ja, klar. Okay, und da sind wieder Leute, die uns nicht gerne dort haben möchten. So, wo muss ich denn lang? Hier so. Ist das der Turm, wo wir hin müssen? Ja, ne? Ich glaube schon. So, und wie zum Hanker schaffen wir es dorthin? Das ist der beste Ausgangspunkt. Sieht fast wie hier aus, aber man scheint ja nicht. Ich meine, ich versuche es nochmal. Nee. Er springt auch nicht in die richtige Richtung. Hi. Ihr werdet mich jetzt töten. Ich weiß. Ich weiß. Ja, einen habe ich geschafft. Juhu. Und dich schaffe ich auch. Und. Und. Wieder abwehren. Und mehr abwehren. Und nochmal abwehren. Und. Jetzt Offensive. Und abwehren. Und scheiße. Und abwehren. Komm. Und nochmal drauf. Nein. Jetzt visiert ja jemand anderen an. Boah. Und abwehren. Und. Scheiße. Komm schon. Die drei. Die drei. Die schaffst du. Die schaffst du. Die schaffst du. Ich muss im richtigen Moment auch blocken, ne? Das wäre ganz gut. Okay. Wow. Ja. Nur noch ein. Komm schon. Okay. Halleluja. Halleluja. Pschui. So. Ich muss da drauf kommen. Was macht dieser Tor da? Ich muss da drauf kommen. Huch. Wieso? Fällst du da immer wieder runter? So. Und alles ist weit weg für mich. Wirklich. Es gibt keinen guten Punkt. Punkt. Ah, okay. Das ist jetzt meine Energie, die sich wieder auffüllt. Die macht so Geräusche. Das wusste ich gar nicht genau. Okay. Hier. Auch schlecht. Verliere ich gleich wieder meine ganze Energie. Hier war eine Leiter. Wieso komme ich da nicht hin? Doch. Oh Gott. Ich komme dorthin. Ich bin nur immer falsch gesprungen, ne? Ja gut. Dann hat sich das auch geklärt. Und ich hoffe, wir sehen dann jetzt den Rest der Stadt und können da auch hin. Hallo. Hallo. So, ich wollte doch nur... Wo ist das Ding? Ich will doch nur hier hin. Huch. Nein. Nicht... Jetzt nicht runterfallen hier. Ach, Junge. Kannst du da bitte so hin? Danke. Danke. Einen von neun im Bürgerviertel. So. Das heißt hoffentlich, dass ich jetzt ein bisschen mehr Punkte hier noch habe. Ja, tatsächlich. Oder wir können auch direkt hier hin. Ist nicht so weit, ne? Ach so, jetzt habe ich wieder mehr Missionsziele. Geschafft. Und Synchronisation hinzugewonnen. Das ist natürlich sehr, sehr nice. So, das ist mein kleiner Turm. Der sieht doch bezwingbar aus. Was? War da noch ne... War da noch eine Flagge? Ja. Die holen wir uns gleich. Kann ich hier hoch? Kannst du nicht? Doch. Du kannst da so hoch, ja. Perfekt. Perfekt. Dann gehe ich vielleicht mal hier hin, zu dem. Es gibt echt noch viele Aussichtspunkte. Deutsche Ordensflagge ist das. Genau. Genau. Den haben wir noch. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe schon Gewalt angewendet. Mein Lieber. So, hier ist noch was zum Holen. Ja, sehr schön. Dann gehen wir weiter nach oben. Die Richtung ist zumindest schon mal gut. Gut. Huch. Kannst du da so rüber? Huch. So, in die Richtung waren wir doch auch schon mal. So, dann ist das da hinten, glaube ich, unser Türmchen. Ich hoffe, da kommen wir gut hin. Da ist noch eine Flagge in der Mitte auf dem Marktplatz. Die will ich natürlich auch später haben. Sorry, Leute, dass ich euch ein bisschen... ein kleines bisschen erschreckt habe. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da drauf? Wieso sind das jetzt immer so hohe Türme? Wo komme ich da? Er kann da aber nicht hoch, ne? Shit. Oder auch... Okay, du kannst zumindest weiter. Das ist... Das ist schön, aber... Okay, wow. Ah, okay. Kommst du hier weiter nach oben? Das ist cool. Ah. Ja, so wird doch ein Schuh draus. Ich bin doch hier richtig, oder? Ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Wobei doch, das ist ein... Das ist aber nicht der, den ich jetzt anvisiert hatte. Hä? Waren wir jetzt hier schon vorhin? Aber es wird immer noch angezeigt auf meiner Karte. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber okay. Kannst du da so... Oh, du musst da drauf, bitte. Ich will nicht, dass du runterfällst. Aber bitte geh doch einfach... Äh. Ah, okay. Ich synchronisiere schon. Okay, gut. Okay, kannst du... Ich muss doch da irgendwie vorsichtig hinkönnen. Ah, okay. Sehr gut. Nein! Scheiße, ich bin tot. Puh, okay. Aber es wurde hoffentlich gerade gespeichert. Okay. Gut, jetzt sind wir hier unten. Wir können einerseits die... Die mal abholen. Und dann versuchen wir doch, dem Bürger zu helfen. Okay, ich glaube, ihr... Euch kann ich wieder halbwegs besiegen, hoffentlich. Okay. Okay. Ich seh nicht so viel hinter dem Baum. Oh, shit. Okay. Jetzt kommen immer mehr, ne? Fuck. Ja, ich denk immer noch, ich kann euch besiegen. Ich hoffe, das ist noch wahr. Nein, ich seh noch nicht, dass ich schon verloren hab. Schon verloren hab. Pfff. Fuck. Wow, okay. Wow, 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 wow. Wo bist du? Jo, tu das. Hallo? Checkpoint? Ja. Ein von sieben. Okay, ähm, ich werde versuchen, jetzt noch zu dem anderen, äh, zu dem anderen Aussichtspunkt zu kommen. Und dann beenden wir die Folge. Kommst du da irgendwie hoch? Huch. Äh, dann will ich anscheinend dahin. Denk ich mal. Okay, hier rüber. Haltet eure Augen offen. Er wird bestimmt wiederkommen. Schert euch fort. Er wird wiederkommen. Keine Frage. So, nicht, nicht abschießen jetzt hier, bitte. Okay. 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 Und dann springen wir mal wieder falsch runter. Hier wird ihr euch nicht aufhalten. Shit. Upsi. Und wir haben eine neue Herausforderung, die wir beim nächsten Mal machen können. Also bis dann. Tschüss. So.